um die 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 Gäste das er war getroffen die Luftballon ja hoi aufzumachen das ist auch die Puppsenschmetter und wenn ich mich nicht denn er hat auch von aber er ist jetzt nicht wieder es geht ich bin schock wieso bin ich letzter wo du schlecht bist die Brücke wie viel bist du müde ich bin auch müde naja wir nicht spielen 4 bis 6 4 bis 6 5 5 hey für so ein kurzes stück Utoboschub das fällt auch für Benzin und so Würfel und oh ja Leike Bauswürfel Leike Bus Leike Bus Ja Folge uns du Hallo ich bin der weiße Hai Versuch es der weiße Hai ich versteh schon Eww Captain Ian's Hand Hehehe Das ist doch so Wechse Oh nein Kein Vorsicht Ähm Nein gut Ähm was Zuerst komme dran Wieso muss ich schon wieder zuletzt? Weil du schlecht bist Weil du schlecht bist Betti Aber ich möchte auch gern immer wieder Ah nö Irgendwie nicht Ja cool ich bin dran Das ist die Burg. Das ist ein Bosskampffeld. Ja, wissen wir ja noch nicht. Wir sind ja anscheinend dumm. Black Bounce. Yeah, Boss. Das ist das geile an diesem Spiel, da kann man Bosskampffeld. Ja, okay. Okay, Burg, Parase. Gegen wen mit wer? Wum Wum, Schieb Schieb. Mach mal einen, den wir noch nicht hatten. Schieb Schieb hatten wir schon. Aber Wums Wums ... Klingt lustig. Was für mal Kartenspiel ist so cool? Wum, wollen wir anscheinend gar nicht entnehmen. Wuh, WUARBZONE. Diese ... Boah, ja ... Wie merkst du denn doch? Wie hast du dein Bild von den Ringgitern? Aha ... Jeder Spieler wählt ob es die Plattformen bewegen sollen, eins oder nicht, null. Versuche nicht unter WUUM zu landen, sondern mit Stampf attacken und punkten zu dummeln. Die Funk ist dummeln. Halt den Weefirmen senkrecht. Drücke nach links oder nach rechts, um 0 oder 1 auszuwählen. Dann gehst du rum zur Rücke A zum Springen und dann auf einmal A für eine Strafvertappe. Okay, ich glaube ich habe es halbwegs. Ich check das. Ich habe es verboten, ich verstehe. Checken wir gleich. Learning by doing, was war das nochmal? Ah ja, irgendwas mit 1 und 0 und... Ja, also bewegen, also wenn es sich nicht bewegen soll, dann müsst ihr nach links und wenn es sich nicht bewegen soll, dann müsst ihr nach rechts drücken. Manni-Chan, senkrecht! Manni-Chan! Äh, Stoppersprung müssen wir machen, wenn der Typ sich da bewegt. Okay. Äh, oh fuck, ich habe noch... nein, nein! Ah, nee. Nee, legst du rechts und drücken für bewegen oder nicht. Oh, ich habe gar nichts gedrückt für euch. Äh... Ja, leck mich doch am Arsch! Leck mich, fett ihr! Ah, jetzt müssen wir jumpen! Jo, jetzt jumpt ihr alle auf Hügel, ne? Ja, nee, ist klar! Ja, nee! Ja, nee! Ja, nee! Hier, ne? Aha! Was? Oh, du armer Kerl! Oh, du armer Kerl! Ähm... Jesus! Jesus Christ! Zwei nur... Oh fuck! Fuck! Ja, los, macht sie fett! Nein! Äh, einfach Doppel-Jump! So, ah, ah! So, ah, ah! So, ah, ah! Jaaa, Puzzle-Smash! Jaa, Mario, okay, wie Vrede! Oh, er wird blütet! Oh, sieht doch nicht so schlimm aus! Wie sieht schlimm aus, wenn ich hügel? Das war jetzt nicht geplant! Oh, wie war... Äh, ähm, äh... Oh, wieso, ja? Oh, ne, die ist schon wieder! Komm nicht, Daisy! Die ist doch voll die Kerbacke! TRIGGER! Ah, die, sie bekommt ja eine Punkte, aber irgendwie gar... Ja, Alter, was? Oh, je! Oh, je! Oh, je! Jaaa, mach das ganze Ding in den Arsch! Fett ist gut! Okay... Daisy, du Pissnäcke! Du dumme Pissnäcke! Ja, solange ich es nicht bin! Leute, macht's tot! Yeah! Oh, ich komme! Nigga! Er ist geplatzt! Ja, Platzen sind nicht alle! Aus allen Nähten! Es war Möö, Möö! Ja, wir sind so schlau! Aber jetzt wissen wir, wie es funktioniert, ne? Wir sind so schlau! Siehst du? Und dann hätte ich... Die Ach so klug, like a boss! Und wenn jetzt bei Ani so viel Glück hat wieder, ist das hier wieder, ähm, Let's-Player-Flug Und sie kriegt dann hier alles wieder... Oh, oh, oh... Auf den Arsch! Aua! Oh, oh, oh! Arsch! Wie soll ich raten? Teddy bear, teddy bear, turn around? Ah, Daisy kriegt das Maul! Oh, das ist doch mal was Schönes! So! Ich hab nicht... Ich hab nichts gegen Daisy, aber... Ich schon! Lass mal! Lass mal! Oh, Vivi voll gelangweilt! Uuuuuhh! Was?! Jawus, man! Naaah! Oh, das ist... Oh, ne! Die! Oh, den drehen wir! Lass mir raten! Ich krieg jetzt voll meine Auskrankung! Drei! Eins, zwei, ich! Ne, eins, zwei, ich! Drei, zwei, eins, zwei, eins! Hallo! Ich will nicht knoellen! Oh, gib mir den Schmacher! Ich will auch Punkte kriegen von unten! Ich lege ihn ab, ich will hier auch punkten. Ich bin voll schlecht drauf und hab keinen Kaffee und muss pinkeln. Aber du gehst schon mal aufs Kugeln, nicht selber. Ich wüsste echt laufen, Leute. Nee, ich mach nicht mehr. Daisy, jetzt mach oder ich hau dir die rüber. Drei? Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei... Oh, schweigen gehabt, Alter. Schweigen gehabt. Oder den Trigger-Attack. Hör auf, Ani! Du schweigst! Alter, du hast schon wieder 30 Punkte. Ich kann das angehen. Ani smashed like a boss. Ich mach ihn gar nicht. Wahrscheinlich war das mein Fail. Eins, zwei... Ja. Einmal rum. Affenbauer! Affenbauer, was sollst du denn? Oh, ich hab echt was. Ey, wie, wie? Ohhhh. Er grinst. Ich hab genauso viel wie Ani. Ich hab genauso viel wie Ani. Aber vorher ist er gewesen. Warte, leck'n raus. Hä, wie solltest du die Troppe Zweiter? Wie, wenn du den Siegtreter hattest? Ich freue mich. Du hattest deinen Höhepunkt erreicht. Ja, und er kriegt doch den Traurigkeitsmonos, ey. Ich bin den Höhepunkt erreicht. Ja, tot. Ja, es ist geschafft, Applaus, Applaus! Irgendwie wird es nicht verstanden, aber egal. Lass ihn einfach. Das hab ich nicht verstanden. Liebe Zuschauer, ihr habt's mitgetrickt. Hä? Nichts? Nichts. Das tut es. Das tut es. Das tut es. Ja, das. Statt gleich Sport zu machen, sollten wir nicht abdancen. Du musst die Musik anmachen und abdancen. Das ist auch Sport. Yeah. Blank'n Baus. Wir müssen spät hier noch Pear and a Pie! Ja, lass mal. Wir müssen so viel machen. Aber Ani ist ja noch hier und ihm bleiben bis 5 Uhr wach bleiben oder länger. Sind wir heute schon. Eigentlich ganz. Sind wir heute schon. Wir werden gleich die ganze Nacht durchmachen, wie das eine Mal bis 7 Uhr morgens, wo ich die ganze bin. Ja. Wo wir uns immer schrott gelacht haben. Warum haben wir uns eigentlich so doll schrott gelacht? Weil wir nur pissen musstest. Und wir haben uns nicht zum Lachen gebracht, weil wir nicht so viel will. Du musst schon. Du kannst schon eine Pieper auflaufen. Ich muss. Oh, Nala. Ich muss den Haar dran blocken, denn bleibt die Hose trocken. Ja, genau. Oh, nein. Ich muss den Haar dran blocken, denn bleibt die Hose trocken, Bibi. Oh, Nala hat ihn grad laufen lassen, blau. Oh, nee. Das ist so schön. Ach, das ist schön. Das war echt so eh. Ich krieg eh keine 6. Da, siehste. Oh, ich krieg mal was ab. Was ist das denn? Ereignis. Ereignis. Ne, Tofall. Ereignis-Belt. Geh, stopp einfach mal. Geh, rücke vor bis zum starten. Ziehen 2000. Geh, rücke nochmal! Yeah! One more time. I gotta celebrate. Oh yeah, alright, though, stop to dancing. One more time. I gotta celebrate. Oh yeah, alright, I gotta celebrate. Oh yeah, alright. Ich muss durch den On... Höh... Höh... Alle voll die bösen Blöcke. Höh... Was hast du gerade gesagt? Die Desploma Blasen, Blasen, Doppel, Baby wird total ein bisschen Besondungslosigkeit... What the fuck. Durch die Bar gebracht. Ja, die Sterne habe ich auf ein Konzert gebracht. Eine Möwe. Möven. Möven. Moins. Steven, sie Möwe, sie Möwe. Sie Seemöwe, meine ich. Steven, sie Seemöwe? Ja, Steven Sieger. Ah ja, genau. Aber das war ja das von Rischmaster, das Ding ne? Das ist Piped-Urloch. Äh, Clea? Äh, Arsch, ne? Ich hab da einen Berg nicht ab... Das ist Cthulhu unten. Ja, wie geht das denn? Ach so Scheiße. Ihr taucht in Tiefen des Meeres und Mini-Sterne zu Berg. Kann ich auch einen Cthulhu pingen? Mit einem Wörfel und einem Würfel. Das Spiel für Entscheiden die Reihenfolge der Würfel. Okay? Aber Vorsicht! Lass uns jemand auf dem Pechfeld greifen, Skelettfisch an und rauben wir nicht. Oh mein Gott. Wissen Fuß ist das? Nein, na. Ich hab nur zwei hier wie Nana. Ihr habt Zähne! Schneid zurück in die Fuß. Was ist das? Zähne? Ach so, gut. Okay. Würfel möchtest du setzen? Ach so. Also hast du irgendwie jeden Eimer? Ja. Okay. Wieso hat Nana nur Grün dran? Stimmt eigentlich, ich wollte verarschen. Was? Du hast nur Grüne Fäder! Ja, ich bin halt so VIP, oder? Ja, ich bin halt so VIP, oder? Das war unglücklich, was ich gezahlt habe. Aber egal. Komm! Ja, komm Kinder, mach jetzt mit! Komm, Daisy! Gib uns ein! Yeah! Aha! I got a saying Ayo! Ayo! She called an Ayo! Hehehe! Hehehe! Ähm, er kann sie drauf. Ähm... Ja, entschulde nur, Iwi, dass ich das nicht gleich in zwei Sekunden mache. Ja, ich bin... MACHE! Keine Zeit! Ja, geil! Iwi, scheiße! Uuh, I'm diving! Uuh, I'm diving! Die sehet voll eklig aus aus wie Skelettfische! Ich find die cool, ich würd sie selber machen! Das machst du jetzt klug? We're on anche drop? Ich muss klug sein! Ja, alles zum Vorteil von dir. Oh, Alter. Kann rechnen. Jetzt, Daisy, beeil dich gefällig. Danke. 1, 2, 3, 4, sie kommt wieder auf ein rotes Feld. Kannst nicht auf ein rotes Feld kommen. Oh, Bibi. Aber ich brauche eine 6, wenn nicht schlecht. Oh, eine 4. 6 oder 4? Na klar. Natürlich doch. Ja. Oh ja, mit der... Gute Arbeit, Spiegel! Ein Erfolg! Wunderbar. Ja, genau. Ich werde von... Ich werde von Gräten angegriffen, weil die selber nichts mehr für Rücken haben. Das war jetzt eine...